In der C++-Standard-Bibliothek sind einige sogenannte Container-Klassen definiert. Container sind Objekte, die wiederum andere Datentypen und Objekte speichern können. Container sind also so etwas ähnliches wie Arrays, die ich schon in einem Video zur C-Programmierung vorgestellt habe. Und tatsächlich heißt auch eine der Container-Klassen Array, die so ziemlich die einfachste Container-Klasse ist, aber ein paar Möglichkeiten bietet, die eben normale Arrays nicht haben. Und hier zeige ich euch diese Features und auch wie man diese Klasse anwendet. Um die Klasse Array verwenden zu können, müssen wir zunächst die entsprechende Header-Datei einbinden. Jetzt können wir also ein Array-Objekt erzeugen. Wie auch bei jeder Deklaration einer Variablen müssen wir hier zunächst den Datentypen angeben. Und das ist hier std, dann dieser doppelte Doppelpunkt, Array. Wie wir das auch schon aus C kennen, kann ein Array beliebige Datentypen aufnehmen. So und hier müssen wir in den spitzen Klammern explizit angeben, welcher Datentyp das sein soll. Für dieses Beispiel habe ich hier den Datentyp Integer gewählt, aber das hätte auch jeder andere beliebige Datentyp sein können. Übrigens auch benutzerspezifizierte Datentypen wie selbstgeschriebene Strukturen oder Klassen. So genau wie in C hat ein Array in C++ grundsätzlich eine feste Länge und die muss man in den spitzen Klammern als zweites Argument angeben. Damit ist dann hier also der Datentyp unseres Arrays vom Typ Integer mit der Länge 5 vollständig spezifiziert. Dem Ganzen muss man dann natürlich noch einen Namen geben, also einen Bezeichner und den habe ich zu iArray gewählt. So das Array ist hier noch nicht initialisiert, weil man aber bei Variablen, die nicht initialisiert sind, nie so ganz genau weiß, was drin steht, ist es immer besser eine Initialisierung vorzunehmen. Das geht hier ganz einfach, indem wir hinter dem Bezeichner einfach ein paar geschweifter Klammern schreiben. So werden alle Elemente des Arrays mit 0 belegt. Natürlich hätte man auch andere Werte nehmen können, zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5 oder auch so. Da werden die ersten drei Zahlen mit den Werten von 1 bis 3 vorbelegt und die letzten beiden Zahlen, die ich hier nicht explizit initialisiert habe, denen wird dann eine 0 zugewiesen. So wie man ein Objekt von der Klasse Array instanziiert, ist jetzt hoffentlich klar. Schauen wir jetzt mal, wie man auf die Elemente lesend und schreibend zugreifen kann. Dazu mache ich ein Beispiel, bei dem ich nur die ungeraden Zahlen aus dem Array auslese. Hier habe ich zunächst einmal das Gerüst einer Vorschleife hingeschrieben, mit der ich das ganze Array durchlaufen kann. I ist also die Zählvariable, die mit 0 initialisiert wird und nach jedem Schleifendurchlauf um 1 inkrementiert wird. So und hier steht die Abbruchbedingung der Schleife, für die ich schon eine Methode der Klasse Array genutzt habe, nämlich Size. Size gibt die Länge des Arrays zurück. Um also die Länge von I Array zu ermitteln, schreibt man hinter dem Namen des Objekts einen Punkt und dann eben die Methode. Die Funktion Size ist an dieser Stelle also ganz praktisch, weil ich mich dann nämlich nicht selber darum kümmern muss, mit welcher Länge ich nochmal dieses Array angelegt habe. In der Schleife kann man dann also auf jedes Element zugreifen und prüfen, ob dies ungerade ist und gegebenenfalls dann ausgeben. Der Zugriff auf die einzelnen Elemente erfolgt wie auch bei C über diese eckigen Klammern hier. Zu beachten ist hier, dass der Index des ersten Elements immer 0 ist und deswegen haben wir ja auch die Zählvariable mit 0 initialisiert. Die einzigen ungeraden Zahlen sind hier also 1 und 3. So diese eckigen Klammern sind also eine Möglichkeit für den Zugriff auf die Elemente. Eine zweite ist über die Funktion Add. Prinzipiell funktionieren diese beiden Zugriffe gleich. Die Funktion Add hat aber noch eine eingebaute Sicherheit, weil diese nämlich prüft, ob eine Bereichsüberschreitung vorliegt. Ist das der Fall, dann erzeugt die Funktion Add einen speziellen Fehler, den man gezielt abfangen kann. Die eckigen Klammern machen das nicht. Wenn man sich aber sicher ist, den Index des Arrays nicht zu überschreiten, so wie in diesem Beispiel hier, kann man problemlos die eckigen Klammern verwenden. Übrigens hätte ich in diesem Beispiel hier auch eine bereichsbasierte Vorschleife einsetzen können, die ich im vorherigen Video dieser Reihe erklärt habe. Okay, will man aber gar nicht alle Werte des Arrays durchforsten, sondern ist man nur an dem ersten oder letzten Element interessiert, gibt es dafür spezielle Funktionen Front und Back. Um alle Werte eines Arrays gleichzeitig auf einen bestimmten Wert zu setzen, gibt es dann noch die Funktion Fill. Hier habe ich Fill jetzt genutzt, um alle Werte von eArray auf 0 zu setzen. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit jedem anderen Integerwert. So, und jetzt zeige ich noch, wie man sozusagen eine Sicherungskopie eines Arrays erstellen kann. Und dazu deklariere ich zuvor noch ein zweites Array, auch wieder vom Typ Integer mit fünf Elementen. So, das habe ich jetzt noch nicht initialisiert. Und jetzt nutze ich die Funktion Swap, um den Inhalt von eArray nach CopyArray zu übertragen. Hier sieht man also, dass CopyArray nun dieselben Werte enthält wie eArray. Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, denn wenn ich hier nach dem Funktionsaufruf von Swap wieder an eArray etwas ändern würde, also zum Beispiel, indem ich alle Werte von eArray wieder auf 0 setze, dann übertragen sich diese Änderungen natürlich nicht automatisch auf CopyArray, wie man das hier sieht. So, bis hierher habe ich nur eindimensionale Arrays gezeigt. Aber Array ist eine Containerklasse, die andere Objekte, also auch wiederum andere Array-Objekte aufnehmen kann. Und so entsteht dann ein mehrdimensionales Array. Mattress ist also ein Array mit Platz für fünf Elemente. Und in jedem Element ist wiederum ein Objekt vom Typ Integer Array mit jeweils zehn Elementen gespeichert. Das Objekt Mattress kann man sich also wirklich als Matrix mit fünf Zeilen und zehn Spalten vorstellen. So, die Initialisierung kann man dann wieder über die geschweiften Klammern machen. So ist die ganze Matrix mit Nullen belegt. Und hier wird die erste Reihe mit den Zahlen von 1 bis 5 und die zweite mit den Zahlen von 1 bis 3 beschrieben. Und der Rest wird wieder mit Nullen aufgefüllt. So, um das zu zeigen, schreibe ich nun eine Ausgabe der Matrix mit zwei geschachtelten Vorschleifen. So, gemäß der Deklaration von Mattress hat das Objekt fünf Elemente. Also gibt die Funktion Size hier in der Bedingung für das Durchlaufen der äußeren Vorschleife, mit der Laufvariablen i, den Wert 5 zurück. In der inneren Vorschleife greife ich dann über die eckigen Klammern mit der Variablen i auf die einzelnen Arrays zu. Und hier kann ich wieder Size anwenden, dann aber eben auf die einzelnen Arrays, die ja die Länge 10 haben. Also gibt Size hier den Wert 10 zurück. So, und auf die Werte der Arrays greife ich dann wieder über diese zweieckigen Klammern zu. So, und hier sieht man die fünf Arrays mit den jeweils zehn Elementen übereinander aufgetragen mit den Initialisierungen in den ersten beiden Arrays. Die Initialisierung hier oben mit diesen geschweiften Klammern ist in der Regel etwas umständlich. Wenn man zum Beispiel alle Elemente der Matrix mit einem Wert, sagen wir mit der 1, vorbelegen, geht das auch einfacher. Und zwar wieder mit einer Schleife. Hier verwende ich eine bereichsbasierte Vorschleife, wobei i jetzt eine Referenz auf ein Array vom Typ Integer mit der Länge 10 ist. Und auf diese kann ich ja jeweils wieder die Funktion Fill anwenden. Das Befüllen der Matrix mit einer Zahl ist also ziemlich simpel. Aber fast genauso einfach ist es auch, die Matrix mit Werten zu füllen, die man zum Beispiel aus Zeilen- und Spaltenindex berechnen kann. Dazu könnte man normale Vorschleifen verwenden. Und das habe ich auch schon in diesem Video, das ich hier oben verlinkt habe. In der Playlist zur C-Programmierung gezeigt. Ich werde das jetzt hier aber mit einer bereichsbasierten Vorschleife machen. Weil also bereichsbasierte Vorschleifen keinen Schleifenzähler haben, erzeuge ich mir zunächst die Variablen für Zeilen- und Spaltenindex hier oben. Die äußere Vorschleife bleibt dann genauso wie bei dem Beispiel von gerade. Dann habe ich aber noch eine innere bereichsbasierte Vorschleife. J ist hier die Variable, die die Objekte der einzelnen Arrays aufnimmt. Und das sind eben gerade Integers. Der Bereich, der hier durchlaufen wird, ist jeweils ein Integer-Array von der Länge 10, die ja in der Variablen i gespeichert sind. Im steifen Rumpf belege ich dann die Elemente der Arrays mit den aus Row und Column berechneten Werten. Und zwar so, dass die Matrix dann hier mit einem Teil des kleinen 1x1 belegt ist. Und zwar so, dass die Matrix dann hier mit einem Teil des kleinen 1x1 belegt ist.